Nach dem Krieg ließ der Maler Oskar Kokoschka Plakate in der Londoner U-Bahn aufhängen. Darauf hatte er Christus am Kreuz gemalt und unter dem Kreuz standen Kinder. Eine Hand des Gekreuzigten hatte sich vom Querbalken gelöst, Christus beugte sich ein wenig hinunter und reichte seine Hand den Kindern. Oben auf dem Balken steht, zur Erinnerung an die Millionen Kinder in Europa, die gerade vor Hunger und Kälte sterben. Das war 1945. Und das Plakat war ein Spendenaufruf für die Hungerhilfe. Man kann sich gut vorstellen, wie das damals, kurz nach dem Kriegsende, angekommen ist. Sicher haben nicht wenige gedacht, haben wir nicht genug mit uns selbst zu tun? Da hat das Mitleid Grenzen. Aber da waren andere Menschen, die ließen sich trotzdem noch ansprechen von Kokoschkas Plakat. Von seinem Christus. Ein Christus am Kreuz, der sich hinunterbeugt, als wollte er sagen, Auch im eigenen Leiden geht einem das Leiden des anderen noch etwas an. Dafür kann man ein Zeichen setzen. Nicht die Welt retten, aber heute, 2020, heißt das vielleicht, Deutsche aus dem Ausland zurückholen und trotzdem auch noch Flüchtlingskinder ohne Eltern aus dem Lager auf Lesbos aufnehmen. Das wäre so ein Zeichen. Uli Pschirer, Pfarrer in Fürth. Untertitelung des ZDF, Pfarrer in Fürth.